Das zählt jetzt also noch nicht zur Übung, das Aufmarschieren und darf auch nur maximal 10 Sekunden lang sein, bis die Gymnaste in ihre Position eingenommen haben. Das ist immer so ein Fazer beim Wechsel. Es können also die Bälle untereinander gewechselt werden und auch die Seile untereinander oder aber Bälle mit Seilen. Insgesamt zählt eine Schwierigkeit nur, wenn sie von allen Gymnastinnen ausgeführt wird. Es reicht nicht, wenn einer einen tollen Sprung macht, sonst müssen sie alle machen. Vorbereitung zum Wechsel, über 6 Meter, quasi Höchsschwierigkeit. Wichtig für die Harmonie ist natürlich, dass alles gleichmäßig ausgeführt wird, nicht einer zu früh oder zu spät, versteht sich von selbst. Dies war die Vorstellung von Italien, der zweiten Gruppe in diesem Finale der 6 Gruppen.